Entschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich hab die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem BAD-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt. Ich kann den BAD-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hasst du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Hat funktioniert. Es gibt noch vier weitere ID-Marken im Gebäude. Hoffen wir, dass sie noch leben. Mit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss einen Weg finden, das Gas abzudrehen. Es ist toxisch. Mit dem Batmobile kann ich dieses Rohr zerstören. Dafür muss ich es auf diese Seite der Anlage bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gab Gerüchte nach Arkham City. Es heißt, du wärst anders, hättest ihn getötetet. Ich weiß es besser. Ich weiß, dass es Grenzen gibt, die selbst Batm nicht überschreiten will. Ich weiß es besser. Nein, ich weiß es besser. Ich weiß es besser. Ich weiß es besser. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja.